So dann! Seid gegrüßt meine lieben Freunde und einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Ja, das ist jetzt der zweite Versuch, diese Aufnahme zu starten, nachdem eben ein Tonproblem da war. Dafür hat er mich eben, das wäre eigentlich eine schöne Actionsequenz gewesen, eine Hexe direkt angegriffen, die hier aus dem Turm kam. Denn seht, seht, meine Nachtschichtarbeit ist vollbracht. Ich habe hier sowohl die Ketten angebracht, ich habe nämlich jetzt das neue Texturenpaket. Ja! Deswegen haben wir jetzt hier auch richtige Zugketten für die Zugbrücke. Und da geht schon wieder die Sonne unter. Und deswegen muss ich aber auch die Fallgitter durch normale Zäune ersetzen. Das sieht zwar in Schwarz eigentlich viel schicker aus, insofern finde ich es ein bisschen schade, dass wir die Nähterzäune in Schwarz da nicht mehr haben. Aber die Holzgitter machen das auch schon. Das passt schon. So, und den Rest zeige ich euch sofort nach dem ersten Schlafen. Also wieder toller Folgenanfang. Wir haben ja öfter sowas. Ja, so, äh, hier genau. Tor so ein bisschen verfeinert. Und die Türme. Tatsächlich alle vier soweit fertig gebaut. Fertig gebaut ist vielleicht zu viel gesagt. Äh, ich habe überall drin die Truppen reingebaut, wie angekündigt. Und jetzt muss ich hier erstmal tatsächlich ungeziefer beseitigen. Das gibt's doch nicht. Was geht denn hier los da rein? Ich muss dringend Fackeln besorgen. Ich habe keine Fackeln mehr. Man muss hier ausleuchten. Kann nicht sein, dass hier irgendwelche Monsterstrolche herumstrolchen. Und da drüben habe ich noch teilweise meine Bauarbeiten vergessen. Ja, jedenfalls jeder Turm jetzt so eine Überdachung hier. Ähm, gute Aussicht zu allen Seiten. Die hinteren Türme sind höher, weil sie ja zur Seeseite das Bollwerk bilden. Und die Tore-Türme etwas niedriger. Aber in einem, wie ich meine, ganz schicken Verhältnis. Aufgänge zu. Rennen wir mal kurz hier rüber. Da oben schon die Wappenfarben Hunsgrabs und vom Hunsgraber Städtebund. Und hier auf die Seite könnte man natürlich noch, wenn ich persönlich zumindest, die Farben von Hexen macht und nochmal vom Städtebund irgendwie anbringen. Dann wäre das so dargestellt, dass es hier so ein Kombi-Bau ist. Ja, hier geht es ja überall ins Haus rein. Das kennt ihr schon. Und, ähm, ja, was haben wir jetzt vor? Jetzt geht es natürlich noch daran, hier ist natürlich A, noch nichts eingerichtet, sondern einfach nur die Räume. Ah, Creeper! Geht's noch? Hier ist Creeper-Verbot. Alte Socke. Alles voller Monster. Also hier muss ich wirklich dringend ausleuchten. Das merken wir ja schon. Hier ist keins. Gut. Dann gucken wir nochmal in den Schwester-Turm rüber. Auch keiner? Gut. Ja. Und, äh, aber weil wir jetzt so lange hier schon auf der Baustelle rumparken und, ähm, nur bauen, ähm, dachte ich mir, mache ich heute mal ein bisschen zur Abwechslung, äh, eine kleine Tour zum Heerlager, denn ich muss da ja noch die ganzen Tränke, die ich schon vor etlichen Wochen und Monaten gebraut habe, äh, die muss ich da ja noch hinbringen. Ah, und hier ist noch so ein blutiger Bruder. Komm her, du! Ola, Knochenbaden. Warum das hier steht? Wir wissen es nicht. Wir wollen es auch gar nicht wissen. Ja. So, okay. Bollwerk soweit vorgeführt. Der, die Inneneinrichtung, es wird einen Steil geben, es wird noch ein Nebengebäude geben, von dem ich den ganzen Sinn und Zweck noch nicht ganz habe und es geht auch nach unten. Natürlich müssen wir hier auch Fußböden reinmachen, ist ja klar, aber Beleuchtung geht jetzt erstmal vor. Und, ähm, außerdem wird ein Brunnen gebaut. Ein Brunnen, aber nicht vor dem Tore, sondern hier, direkt. So, na so, und dann wollte ich ja noch einer Sache nachgehen. Dazu nehme ich mal diese sehr gebrauchte Axt mit. Eine gebrauchte Spitzhacke habe ich dabei. Das muss ich nochmal kurz mitnehmen, weil ich glaube, ich habe noch etwas vergessen. Hier, und hier haue ich mal in den Ofen. Und ich brauche natürlich Smaraptor. Weiter heran, Behutzungkeit, Effizienz, die kann ich auch mal mitnehmen. Es kann sein, dass ich dafür auch Abnehmer finde. Halbbarkeit, Effizienz, die ist ja noch so gut wie gut. Eigentlich, warum nutze ich die nicht? Die sind ja viel besser. Ach ja, weil ich ja Diamanten kurzzeitig für uncool verwendet habe. Wie geht es der Rüstung so? Der Schutzhelm ist schon fast über den Dutt. Achso, hier in dem Turm war das. Genau, da muss ich noch was gucken. Hier, untere Etage soll ja keine Gitter rein, aber ich glaube, hier. Ja, ja, egal. Ist auch kein Wunder, dass es hier so dunkel ist, dass die Monster reinkommen. Nein! Weil ich hier die Öffnung vergessen habe. Anfängerfehler, kann mal passieren. Ein Stock, die Köder sind so drin. Ja, okay. Jetzt fehlen hier nur die Gitter. Aber gut, auf der Höhe kann hier sowieso keiner reinklettern. Da hole ich noch welche. Kürz! Ein Blick von hier. Ja, jetzt sieht das schick aus. Jetzt ist alles vollständig. Wunderbar. Mach doch ordentlich was her. So, dann kann ich gleich mal was gucken. So, mal kurz schauen. Welcher Höhe sind wir hier? Auf 56 55 54, 55 so. Okay, das merken wir uns mal. Merkt euch das mal? Wenn ich euch dann danach frage, dann müsst ihr mir das nochmal sagen. hier ist ja weg. Oh. Nü. Na nü, ein Menü. So, was gilt es auszuprobieren? Und zwar, hatte mir die, ähm, die liebe Lilycat, die hier seit kurzem sehr fleißig immer mitkommentiert, äh, einen Tipp gegeben, nämlich, dass ich, wenn ich, ah, die neuen Textur, und überliegen kleine Kreuz herum. Ähm, nämlich, wenn ich was zu reparieren habe, dann muss ich das gar nicht teuer selber reparieren, denn wenn ich das in dem Zustand so gekauft habe, muss ich eigentlich nur den zuständigen Dorfbewohner finden, der mir das verkauft hat, was an sich schon ein Abenteuer für sich sein wird hier. Und dann würde er mir das, wenn ich das eintausche, auch wiedergeben. Hier, du da, du, du siehst aus wie ein Schmied, halt, bleib mal stehen. Nee, du hast nur, okay, alles klar. Geh weiter. Vielleicht hier in der Waldorfschule? Hallo. Ich bin lernbegierig. Das sind alles relativ junge, neue Bürger hier. Die haben noch, die wurden noch nicht behandelt. Wie man das so nennt. Oh, das ist ein gutes Wollangebot. Ich habe jetzt gerade gar keine Wolle dabei. Schade, schade, schade. Du verkaufst nur eine normale Axt. Die kannst du dir mal sonst wo. Ne? Tada. Da, da, da. Na, wie badet es sich hier so? Für das Angebot, 8 Gold gegen 1 Maragd, dafür solltest du auch kochen. Oh hier, jetzt sind natürlich, die ganzen Netterzaundinger sind jetzt auch Gitter. Äh, Ketten. Lustig, lustig. Habe ich jetzt eigentlich, ja, so viel Platz habe ich jetzt nicht. Aber alle diese hier, Tränke der Direktheilung, beziehungsweise diese hier, Direktheilung 2, die ganzen Tränke, die müssen alle zum Heerlager. Da kann ich sie noch auch schon mal einstecken. Habe ich hier noch Direktheilung 2 dabei? Ich bin jetzt mal voll. So fleißig für gebraut. Ach, auch alles Gitter jetzt, äh, Ketten jetzt hier. Geht's bei dir aus, so Schweinepriester? Hier, ich suche den, ich suche den Axtmann. Oder die Axtmännin. Du hast Schärfe 2, ich habe Schärfe und Haltbarkeit. Ne, das ist kein gutes Angebot, aber das macht nichts. Nobody's perfect. Hier, Effizienz und Haltbarkeit 2. Und das ist nämlich genau diese hier. Ne, das ist Haltbarkeit 1. Guck mal, wer das auch macht. Das macht er auch. Guck mal. Aus Haltbarkeit 1, Effizienz 2, mache ich jetzt die Verdopplung. Und das eigentlich für einen schnapper Preis. Die ist noch gut genug, da brauche ich jetzt noch nichts mitmachen. Aber das funktioniert tatsächlich. Man kann also seine Waffen neu verzaubern lassen und selbst eine gebrauchte hingegen und kriegt dafür ein neues. Das finde ich top. Das wusste ich noch gar nicht. Also vielen, vielen Dank, Lilycat. Das ist für mich eine ganz große Nachricht, weil ich habe so viele Level durch irgendwelchen Handel verbandelt. Das hätte ich gar nicht gebraucht. Jetzt wissen wir, wie es anders geht. Oh, 20, oh ja. Wie sieht's hier aus? Madam? Aha. Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Mal kurz gucken, ob hier noch irgendwie so eine Oh je, je, Moment. Schutz 2, Diamantrüstung. Nein, danke. Gucken, ob hier noch einer rumparkt, der das ein oder andere gute Angebot mitführt. Den Schmieden bräuchte ich glaube ich gar nicht gucken. Die haben ja nur genau und so. Da fällt mir ein, es war schon lange keiner mehr im Suppelhuhn. Ceron nicht, ich natürlich auch nicht. Ich bin ja auch selten in Hunsgrab direkt. Ja, nett. Schön hier. Nichts los. Wo sind denn die ganzen Leute von heute? Es wird schon wieder dunkel, ehe ich überhaupt dazu komme, mal loszugehen. Heppa. Ah, Mülleimer. Habe ich irgendwas für einen Mülleimer? Das ist Maragde, was? Das habt ihr jetzt gegacht, wa? Du da. Das ist unverschämt. Du da. Halt, stopp. Sure, doch. Stehen du bleibst. Haltbarkeit. Nö, das lohnt sich nicht. Aber auf jeden Fall nette Angebote. Hier denn, benachte ich doch mal in der Waldorfschule. Wenn ich den Ferienpass zugelegt, dann darf ich das auch. So, viel rumgerinnert, nichts passiert bisher. Also, auf geht's, auf geht's zum Heerlager. Da nehme ich natürlich einen berittenen Untersatz mit. Dann bringen wir die erste Fuhre Heiltränke dahin. Denn es wird wesentlich praktischer sein, wenn man mal im Kampf dann irgendwie in Probleme gerät, dass man sich schnell mal einen Heiltrank kippt als alles andere. Hier müssen wir natürlich auch ein neues Fallgitter reinmachen und Leak hätte ersetzen. Habe ich hier noch einen? Genau, du bist noch auf Antriebsmodus. Ich glaube, andere Tränke außerdem, also so Feuerresistenz und so. Oh, guck mal, schicke neue Möhrchen. Feuerresistenz und so machen da wenig Sinn, weil der Drache ja wohl gar kein Feuer spuckt, so wie ich das gehört habe. Ich könnte noch ein paar Heiltränke jetzt einstecken, aber wir haben jetzt 1, 2, 3 mal 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23, 24, genau, ist eine schöne Summe. Nehmen wir, komm, auf geht's. Los, Turboesel, Esel der wahnsinnigen Geschwindigkeit. Guck mal hier, da, ganze Pferde sind total am, am abpferden. Und hier seht ihr von weitem, wie wir an dem Bollwerk, was noch keinen direkten Zugangsweg hat, vorbeireiten und morgen daran weiterarbeiten werden. Habt euch die Zahl gemerkt? 54, 55, so? Ja. Warum? Da kommen wir dann noch zu. Es kann sogar sein, dass ich eine kleine Höhentur jetzt machen muss, wegen dem berühmten Cobblestone, der uns ja schon wieder fast ausgegangen ist. Aber erst mal schauen. Gucken wir mal zum Heerlager, denn der gute Dune wollte dort ja auch noch sein Zelt aufstellen und dann ein Lager vorherrichten. Ich bin mal gespannt, ob er das schon getan hat. Und wenn nicht, Dune, du, 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 du. Ach ja. Ist es nicht schön hier im Sumpf? Ja, ist es nicht. Warum nicht? Darum, es stinkt hier. Warum? Warum nur? Weil alle möglichen Sachen hier verfaulen und die Natur der ewige Kreislauf des Lebens sich bindet hier. Ach so, interessant. Hier hängt eine Leiter. Gut, das, hab ich die da hängen lassen oder Ceron? Das ist ehrlich gesagt gar nicht mehr. Die Glücksschweine. Das Heerlager. Und noch kein neues Zelt. Gut, macht ja nichts. Das ist jetzt, muss ich doch noch eine neue Truhe hier installen. Wie sieht es denn aus? Ist hier noch Truhe? Ich glaube, hier kann ich mal so ein bisschen Zerung privat. Ja, 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 hier waren die Übungspfeile. Das schnelle Ende. So, machen wir mal hier, ach ne, hier ist ja noch, da, guck, guckst du hier. da ich jetzt kein einzigen Trank verschwinden will, das macht man ja nicht, beschriften wir das einfach. eigentlich ist ja fast das Praktische, man stellt die hier mit drauf. Na, ran kommt man. Esel. Los, du klassischer Esel. Praktisch deshalb, weil dann hat man die gleich grifbereit, wenn man, wenn man da rein stürmt, hat man gleich einen Heiltrank. Heiltränke. Dann gleich einen Heiltrank parat. Wunderbar. Ja. Das war der Ausflug zum Ende, dann kann ich übergehen, ne? Sollen wir noch irgendwelche Übungen machen? Leitern fehlen auch noch. Das Maragde kann ich mal zurück tun, die bräuchte ich auch die Superaxt nicht, die effiziente Schaufel nicht. Und die schon wieder neu. Ach doch, warte mal, eine effiziente Schaufel vielleicht nicht, aber den Weltenfresser. Den werde ich gleich brauchen, aber erst wenn ich wieder zurück bin, insofern kann der hier auch noch drin bleiben. Gut, Esel, komm. Ich verabschiede mich aus dem Herlag. Wie spät ist es? Hoch am Tage, dann kommen wir wieder zurück rechtzeitig. Bald, ja bald. Liebe Freunde, wird es hier richtig zur Sache gehen. Wir haben gespannt, wie lange das noch dauert, aber mit Sicherheit innerhalb so der nächsten ein, zwei Monate. Und dann, hoffentlich hat dann der Spuk mit diesem Kult auch sein Ende und wir müssen uns da nicht mehr drum kümmern. Es gibt ja genug Gefahren. Die Hanse ist auf dem Vormarsch, wer weiß, was denen noch so alles einfällt. Emorallien, nicht, dass die dann plötzlich auf die Idee kommen, doch zu sagen, hier, wir erobern das Land und ihr seid unsere Sklaven. Das geht natürlich nicht. Dann bleibt auch die Gefahr durch dieses Monster in den Bocksprung, was da umgeht. Und da hat offensichtlich auch noch keiner wirklich einen Schimmer, was das sein kann. Yeah, das Bollwerk, sehr schön. Oder habe ich eine Idee? Passt mal auf, was wir jetzt auf jeden Fall heute noch in dieser Folge hinkriegen, denn die ist ja schon fast rum. Aber das machen wir noch. So, Esel, dich laden wir mal hier ab. Mach's gut. Los, komm schon. Und los geht's. Lass mich raten, der hat pausiert. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. War ja klar. Was haben wir davon noch? Haben wir davon noch andere? Nein, haben wir nicht. Aber ist, anyway, ist nicht so schlimm. so, da haben wir wieder ein paar. Gut, dann können wir nämlich mal ein Symbol der Abschreckung installieren. Ah, warte, dazu brauche ich Bauerde, sonst komme ich da nicht hoch. Das kann man voll vergessen. Voll vergessen kann man das. Ach ja, oh, schon wieder. Ey, ich muss dringend Fackeln machen. Hier, komm her, du. Baden und hausieren, nee, Betteln und hausieren ist hier verboten. Baden auch. Baden ist hier auf jeden Fall auch verboten. Unglaublich. War es praktisch. Ich kann hier bald den ganzen Laden mit Pfeilen versorgen, nur alleine von Skeletten hier irgendwo rumgelaufen sind. Wir brauchen einfach Türen. So, wo ist denn hier ungefähr die Mitte? Ungefähr hier, würde ich sagen. Das kriegt man jetzt zwar hier nicht so ideal hin, weil das Format dafür einfach nicht gebaut ist von dieser Mauer, aber so als kleine Andeutung zumindest. Ich weiß, die Originale sehen ein bisschen anders aus, aber eigentlich hat das was. Das sieht doch fast so ein bisschen dämonisch aus. Dann machen wir hier noch ein paar Stellen hin, der Putz abgebröckelt ist. das soll reichen. Jetzt aber ab ins Bett, bevor schon wieder die nächste Armada-Monster in der Festung hier ihr Unwesen treibt. Bis morgen, Freunde. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.